hallöchen ja heute ein kleiner mini haul ich habe noch mal bei kreative depot bestellt eigentlich weil die da wieder die reduzieren ja immer mal oder kündigen jedenfalls an und ja letzten endes habe ich glaube ich gar nicht die kaufwand reduziert war sondern andere sachen hatte ein baby album ist ja nicht ob das schon laufen ist oder noch kommt und dabei habe ich gemerkt dass ich auch doch irgendwie noch ein paar sachen brauche für so baby einem und ja als erstes erst mal hier süß finde ich schon mal einen geilen spruch also weiter mehr basteln weniger putzen und dann ja wie immer hier süß verpackt ja mal so schön bei dem diesmal hier als guti nur noch nicht gut gemacht und zeigt man die schöne tüte noch mal wieder verwendet aber das ist diesmal ausgeschlossen also als guti wie immer zwei perlen und einfach mal zum geburtstag aber mit kleinen herzen sind nicht süß ich habe jetzt schon eine kleine sammlung von diesen mini stempeln naja kleine sammlung blube 55 sind jetzt oder so habe ich also schon mal gestellt war jetzt nicht so oft so ist da jetzt mal ein bisschen also wie gesagt ist jetzt nicht wirklich viel dafür aber große sachen also als erstes habe ich mir hier meilensteine babysat weil wie gesagt ich hatte ja das letzte album mit den zahlen gemacht da hatte ich ja die stanz die stanz teilnehmen aber ich finde die total süß mit mit herzen und sternen also einmal mit herzen und einmal mit sternen und bei nähung wisstet gemischt so nähe sind vier oder mal ein zwei drei vier vier fünf sechs sieben acht neun zehn doch das ist ja super nämlich die sterne kann man auch für weihnachten nebendachtig für adventskalender dann gibt es mit herzen ein zwei drei vier fünf sechs sieben acht neun zehn und dann mit diesen anderen herzen also drei verschiedene varianten zahlen habe ich gar nicht so richtig sehen und dazu passen gibt es immer sterne herzen und sterne und herzen und daneben tierner geburtstag ja also guter kann man auch so nehmen aber hier für die also sieben monate mein gemeine meine wesentlich mein jahr kann man auch für andere sachen haben wenn naja fange geht und ist halt auch riesengroß wie ihr seht also die zahlen klick jetzt jemand lineal dahin also das ganze ist hier fast also a5 aber die zahlen sind 2,7 zentimeter hoch und naja knappen zentimeter breit und die schrift hoch 1,5 fast hoch ja dazu passen also wie gesagt das ist alles so baby kram dazu passend hier diese eben mein nametag also geburtstag welche uhrzeit wie groß wie schwer das wisst ihr gar nicht denn mama und papa war ist ja nicht wie das ist könnte man schreien mich da nicht so aus also auch dazu passen damit man eben vorne ins album so eine karte stempeln kann mit den sachen dann ebenfalls noch mal also er zeigt wirklich genug baby hier noch mal kleine zahlen aber das war nicht der grund sondern weil hier jetzt wirklich alle drin ist erste locke oster na gut das kann ich für was anderes nehmen lachen erster schritt kuscheltier erstes geburtstag erstes lächeln spielzeug krabbeln bad haar unser kleiner unser kleine schnuffeltuch brei also das sind wirklich so diverse sachen die man dann dazu stempeln kann also ich würde die jetzt wahrscheinlich nie in so ein album direkt rein machen es sei denn ich gestalte das selber das album wahrscheinlich würde ich hier das einmal abstempeln und so dazugeben und das aber vorne und das zum also die beiden zum dekorieren und das mit mehr so dazu oder vielleicht auch für ist auch so schön hier wunder aber kleines gibt es da auch kleines wunder kleiner kleines ja kleines wunder doch süß ja nicht schön kann man ja auch kleines wunder kann man auch für andere sachen nehmen ja das und dann kommen jetzt nur noch stanzeln und zwar die dabei schon länger drauf scharf die sind von moda script die gibt es ja schon länger jetzt alles sowieso nichts neues hier glaube ich aber wie gesagt das und das schöne daran ist also so tags in der größe habe ich ja schon aber so einen ganz großen habe ich nicht am ende können wir dann bitte noch mal ausprobieren und eine andere stanze und zwar die hier da habe ich auch schon lange rumgeschlichen das soll ja so für ich habe ja schon so eine kleine runde schachtel von jm kreation aber die ist mir ehrlich gesagt ein bisschen klein aber hier wie gesagt hier haben wir schon einen radius von acht zentimeter und acht zentimeter kriegt man schon ein kleines pikolöchen drin war also ein pikolöchen ist glaube ich kleiner ich habe jetzt nichts da aber also wie gesagt eine große und eine kleine schachtelkreis bei jetzt gerade wieder überlege wie ist denn dann mit dem deckel na gut das könnte man ja dann millimeter kleiner schnell naja habe ich mich vielleicht doch wieder verkauft ich dachte jedenfalls das ist schön wir können das gleich mal ausprobieren am ende und dann noch mal weil ich ja jetzt schon die für das baby album habe ich ja schon diese ganzen also für das baby album habe ich ja von kreative depot einen strampler eine krone teddy noch irgendwas auch schon so mit diesen hier kann man das band durchziehen das fand ich irgendwie schön dazu wollte ich passend eben noch zahlen haben ja das war es von kreative depot dann habe ich noch das zeige ich jetzt hier nur ganz kurz und dann basteln wir mal hier die schachtel dann habe ich noch bei stampin abgestellt weil ich dann freibetrag hatte noch übrig und ich möchte ja noch ein set machen mit dem pfirsichpapier und mein pfirsichpapier habe ich schon verkauft anderen liebe kunden die wollte das haben und ich hatte das ja noch und deswegen habe ich mir noch mal das papier gekauft und jetzt doch den stempel dazu die stanze dazu werde ich mir wahrscheinlich auch bestellen ich weiß nicht warum ich es nicht gleich mit bestellt habe aber ja also ich kriege ja immer so freibeträge die will ich ja dann auch nutzen und dann war jetzt nicht nötig aber wollte ich sowieso haben habe ich euch ja letztens schon im hall erzählt wegen dieser kleinen birne ja und außerdem habe ich dann auch mal so ein bisschen ich bin ja nicht so der halloween fan aber eine sache zu halloween werk wahrscheinlich auch basteln und dann habe ich hier auch mal halloween sachen also beides sind klarsichtstempel ist ja eigentlich so mein ding die weg dann auch gleich mal abstempeln die kleine lampe können wir gleich mal abstempeln wartet mal dass ich haltet den kopf weil das so geil ist ja wahrscheinlich haben auch andere hersteller so eine lampen aber ich habe es noch nicht gesehen so leute jetzt haltet euch fest der knaller also das muss man natürlich ich habe jetzt hier ein richtig rot da möchte ich mir auch noch bestellen chili rot ich mache das jetzt mal mit terracotta was ja auch real war ist die nicht toll ist die nicht toll ich bin die so toll ein riesige glühbirne so wie früher so eine kette so eine lichterketten kenne ich auch nur aus amerikanischen film ja also deshalb muss ich mir leider bestellen da kann man nämlich kommt man nicht dran vorbei und ja das war schon an die kauften sachen dann würde ich mal sagen ach so und mango gelb mango karts doch krieg mir auch noch bestellen weil hier in dem papier ist also das ja mal aufgelistet was drin ist mango gelb und wie gesagt wie soll ich sonst den für sich abstellen ich habe jetzt gelb habe ich zwar papaya wäre vielleicht noch ja aber man braucht ja auch so einen kräftigen ton deswegen den so ecke werde jetzt mal euch die tags ausstanzen und diese ding und dann versuchen wir mal hier eine schachtel zu machen so ihr hasen hier sind mal die tags also sind eigentlich nur drei tags und das andere ist ein schild und ja also ihr seht warum ich das so schön finde wegen diesem rand gesehen habe ich das bei diversen leuten im internet aber vor einigen bei dem diaway teenchen die hat die immer verwendet und da habe ich mich ein bisschen drin verliebt wie gesagt ist so ein schild da könnte man jetzt auch dann noch hier mal machen ist ganz cool für allem oder so mit spritz mit so mini wie heißen denn da diese klammern dieser fällt mir wieder der name nicht eines immer gleiche so und jetzt habe ich mal wie gesagt diese box hier aussicht also diese box boden ich weiß ja nicht ob man da hätte noch was dazu bestellen müssen na ebenfalls ist ja klar jetzt muss man die hier alle hoch dröseln und dann hätte ich gedacht hoch dass ich dann mal so richtig rund wird das doch wird dass ich dann halt einfach darum mir kappen hier schon streifen zurechtgelegt darum mein ding mache aber dann wiederum da müsst ihr mir mal schreiben wer dieses werdet auch hat oder hatte oder habe ich wieder scheiße gekauft sozusagen weil jetzt da brauche ich ja natürlich auch einen deckel war also der deckel müsste ja dann kleiner sein naja ist schön wenn ich das immer alles kaufe war ich verkaufe ich das halt wieder bei dieser ich habe doch mal so eine box hier kauft wo man so ein so eine zähne machen konnte von c6 die habe ich schon wieder verkauft aber diese andere weihnachtsbox blöderweise noch nicht die ist halt auch so klein so ja also wie gesagt ich würde sagen oder soll es innen drin ja dann ist ja hässlich oder ich mach es innen drin ne ich mach mal außen ja ich mach die einfach mal alle mit kleber bisschen voll dann sitzt man ja auch eine stunde also ich und schachteln war ich lerne es aber auch nicht dass das nicht mehr ein ding ist aber ich dachte das ist ganz einfach aber dann habe ich ja nicht geguckt da bräuchte ja mindestens mal die hätten jetzt schickterweise noch eine machen müssen die mal mindestens einen millimeter größer ist oder so für den deckel na was nützt mir denn ich muss jetzt nochmal googeln na bei den was nützt mir denn jetzt nur der boden hier wenn man nischt vor allem wenn man dann so blöd ist und das wieder nach unten macht dann ist der kleber auch noch ab so wie gesagt eigentlich hätte das papier noch ein bisschen länger sein müssen weil ich jetzt hier nicht so richtig zusammen kleben kann aber so geht das auch ein bisschen und schon wieder außerhalb des bildes dürfte live war muss man dazu noch eine stanz haben bitte schreibt mir mal habe ich da was vergessen habe zu bestellen dann wo liegt das noch nach also hier ist definitiv zu wenig papier jetzt herum aber so ich meine dafür dass ich mich überhaupt nicht mit beschäftigt habe so auf anhieb geht das schon ne nur halt dass ich keinen deckel habe ne seid die scheiße weil ohne deckel hat das ja auch alles mischt wahrscheinlich muss ich wieder bei ohrenpost gucken wie man das macht ihr hattet bestimmt kauft kreativ sucht hat glaube ich auch so ne dinge gekauft aber jetzt hat sie glaube ich noch nichts damit ist nämlich immer die scheiße alle kaufen immer alles mögliche und keiner zeigt irgendwas finde ich ein bisschen schade dann kaufe ich mich immer mir immer so ein scheiß hier also eigentlich hätte das papier länger sein müssen und hier wo ich das jetzt hier so zusammen friemel hätte das natürlich eine klebelasche gebraucht aber ich wollte es ja mal schnell mit euch zusammen machen dafür finde ich geht das ergebnis und hier vielleicht ist es auch dafür gedacht der kleine ich habe ja mal also für so als torte ne also man kann ja jetzt hier ja nicht das als dose verwenden sondern wenn man jetzt hier oben drauf klebt und den anderen in der gleichen größe oben drüber dann ist das wie so eine torte ne also meine wäre jetzt hier ein bisschen groß ja muss ich mir noch was einfallen lassen oder noch mal gucken ob die noch andere größen haben aber ja ihr seht im prinzip ist es eigentlich nicht schlecht und bloß halt wie jetzt dann deckel da müsst ihr mir dann mal schreiben also wenn man jetzt hier noch und gemacht aber ihr habt sie sehen könnt euch überlegen ob das was für euch ist ich freue mich ebenfalls und muss mich hier aber noch mal informieren und bitte an euch schreibt mir mal ob ihr so ein ding habt und wie ihr das macht und ob mir noch irgendwas fehlt okay dann danke ich euch auf jeden fall für eure adult hoffe ihr konntet ein bisschen was mitnehmen hier schreibt mir gerne in die kommentare wie ihr euch meinen einkauf gefallen hat und dann wünsche ich euch einen schönen abend nachmittag morgen nacht was auch immer jetzt kommt und dann bis zum nächsten video tschüss 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 Vielen Dank.